Du möchtest mehr Leichtigkeit und Gelassenheit in dein Leben bringen? Meine Meditationen und Seminare öffnen dir die Tür zu deinem Herzen. Miller-Seminare.de Also ich finde es absolut großartig, wie sie das macht. Das Beste, was mir an ihr gefällt, ist, ganz unabhängig von all ihren Fähigkeiten, dass sie so am Boden ist, dass sie so völlig pragmatisch mit den Sachen umgeht und was mir so gut gefällt, dass sie immer wieder sagt, dass man es leicht nehmen soll und es wirklich auch leicht sieht und auch leicht lebt. Also ich finde es immer wieder richtig toll, wie sie im Prinzip, klar, sie erfasst ja jeden, schon ohne dass wir es merken, über die Aura, über ob sie es jetzt sieht oder spürt. Und bringt es dann immer in ihren Gesprächen so, dass sie den, also sie weiß genau, was sie sagen muss, damit sie im Prinzip an unserem Kern stößt, damit es uns berührt und wir quasi diese Sache bei uns auflösen können. Ja, ich habe halt, als wir uns kennengelernt haben, direkt gespürt, das ist eine ganz starke Verbindung und ich weiß, dass die mir da halt den Weg noch ein bisschen mehr zeigen wird, dahin, wo ich von ihnen möchte. Sie macht das so mit so einer Ruhe, aber trotzdem mit so einer Präsenz und sie bringt einen auch echt gut runter. Also egal, wie aufgeregt man ist oder man Zweifel hat oder denkt, okay, was ist das jetzt so? Sobald sie irgendwie anfängt, irgendwas zu machen mit uns oder zu zeigen oder zu erzählen, wird das wie, es ist dann aus dem Raum, es ist wie gelöscht. Und das ist einfach, man merkt, sie macht das wirklich mit dem Herzen, sie lässt sich da leiten und das ist, was sie ausmacht.